Die Postbank sieht keine großen Probleme bei der aktuell schieflaufenden IT-Umstellung. Zahlreiche Kunden können weiterhin nicht auf ihr Postbankkonto zugreifen, respektive Überweisungen durchführen bzw. durchführen geht teilweise, so dass aber das Geld nicht bei dem Empfänger ankommt. So zum Beispiel bei mir persönlich, nämlich von einem Freund, eine Überweisung nicht angekommen bislang. Wir sprechen heute genau über diese Situation und natürlich auch darüber, wie man sich davor schützen kann. Mein Name ist Olli, moin zusammen, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Los geht's, viel Spaß beim Video. Wenn wir uns jetzt zahlreiche Nachrichten dazu angucken, und wir gucken gleich natürlich auch bei wirklich echten Betroffenen per Facebook nochmal rein, weil das ja eine ganz gute Möglichkeit ist, um sich so ein Bild zu schaffen, wie es denn wirklich vor Ort aussieht, sehen wir jetzt hier beispielsweise The Online von heute Morgen, 4.4. um 11 Uhr, Nachwartungsarbeiten, immer noch Chaos. Beim Online-Banking heißt es nämlich hier, und das ist ganz interessant, ich habe gestern mit einem Kumpel von mir, Grüße an den Daniel gehen raus, noch gesprochen, und ja, er konnte sich in sein Online-Banking einloggen, das hat funktionieren. Da habe ich gesagt, ja, überweis mir doch testweise einfach mal einen Euro. So schnell kann man einen Euro verdienen, dachte ich mir. Er hat mir einen Cent überwiesen, der ist bis heute nicht angekommen. Also bis jetzt, hier zum Nachmittag, einen Tag später, ist dieser Euro, beziehungsweise der eine Cent nicht angekommen. Also von daher, irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Er bekommt mittlerweile zwischendurch jetzt auch die Fehlermeldung, dass Wartungsarbeiten am Laufen wären und alles. Aber überleg doch mal die Folgesituation daraus. Die Folgesituation daraus ist, man hat sich darauf eingestellt, dass es hieß, ja, zum Montag hin funktioniert dann alles wieder, dass das System dann natürlich ein bisschen Schluck auf hat, sagen wir mal so. Wer aus der ET kennt, wird das natürlich kennen, dass das nicht immer alles 100% direkt perfekt läuft. Okay, aber dass es wirklich gar nicht funktioniert, dass Überweisungen noch nicht mal rausgehen, das ist natürlich fatal. Besonders für die Leute, die sich auf die Situation eingestellt haben, gesagt haben, okay, dann verzögere ich das, dann mache ich das in der nächsten Woche. Was ist da mit wirklichen Deadlines, die eingehalten werden müssen für Überweisungen und wichtige Zahlungen? Das ist die Frage. In dem Artikel heißt es dann hier erneute Wartungsarbeiten in der Nacht zum Mittwoch. Und ihr habt richtig gehört, das ganze Thema ist nämlich noch lange, lange nicht vorbei offensichtlich. Denn in der Nacht von heute auf morgen wird es noch mal deutliche Einschränkungen geben, wie es heißt, Zitat, bitte beachten Sie, dass in der Nacht vom 4. auf den 5. April in der Zeit von 22.30 Uhr bis 4.30 Uhr ein Update im Postbank, Online-Banking und in den Apps für die Kreditkarten erfolgt. In der Zeit stehen Ihnen das Online-Banking und die Apps nicht zur Verfügung. Und da muss man jetzt hämisch an der Stelle natürlich fragen, ja, was ist daran jetzt anders als aktuell? Und aktuell, weil das funktioniert ja bei vielen offensichtlich auch noch nicht ganz rund. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch ein Freund von mir, der Ferris, liebe Grüße nach Osnabrück, gehen raus, der sagte nämlich, er wäre auch gestern und auch heute bei der Postbank gewesen. Und interessant ist es, dass die Leute natürlich jetzt dort Sturm laufen und versuchen dort ihr Geld abzuheben. Was dann offensichtlich aber auch funktioniert, muss man dazu sagen. Aber guckt euch das doch mal an. Wie wichtig es ist, dass man eine Bank auch hat mit einem Infrastruktur, also in einem Filialsystem, wo man zur Not mal hingehen kann, am Automaten was abholt oder auch in ein persönliches Gespräch mit einem Anbieter geht. Das braucht man nicht immer, aber manchmal dann doch schon. Und deswegen ist es doch eklatant wichtig, dass die Banken nicht hingehen und eben so, wie sie es die letzten Jahre jetzt stark machen, Filialen abschreiben, genauso wie auch hinzugehen und zu sagen, ja, nee, Geldautomaten, die brauchen wir dann auch nicht mehr. Ja, Bargeld ist ja nicht mehr so wichtig, denn Bargeld ist Freiheit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Stellt euch mal vor, wie läuft das Ganze denn jetzt ab, wenn du mit deiner EC-Karte im Supermarkt stehst und kannst mit eben dieser Karte nicht bezahlen und du kommst auch gleichzeitig nicht an Bargeld. Dann kannst du anfangen, bei deinen Nachbarn, Familie oder sonst wo zu fragen, kannst du mir was Bargeld leihen? Ich muss einkaufen gehen, ich muss mein Auto tanken, um zur Arbeit zu kommen. Da hängt ja sehr, sehr viel dran. Diese Abhängigkeit ist ja unfassbar riesig. Deswegen bin ich ja wirklich ein ganz klarer Verfechter von Bargeld, als immer weiter bestehend zu haben einfach, dass es nicht abgeschafft wird. Die Öffentlichkeitsarbeit, Social-Media-Arbeit etc., der Postbank, finde ich nicht sinnvoll, um es mal so auszudrücken. Bei mittelhessen.de hieß es bereits gestern Abend noch, IT-Umstellung nervt Kunden. Bank sieht keine großen Probleme. Und was macht das denn mit Betroffenen? Das ist doch Ignoranz. Wisst ihr, dann würde ich als Kunde, wenn ich jetzt Kunde bei der Postbank wäre und würde solch einen Artikel lesen und hätte jetzt gerade nicht die Möglichkeit, mich einzuloggen, eine Überweisung zu tätigen oder auch sonst ähnliche Probleme, da würde ich mir doch veräppelt vorkommen und würde sagen, ja sorry, aber wenn ihr meine Probleme so offensichtlich nicht versteht und von mehreren anderen Betroffenen ebenfalls, wir werden das gleich bei Facebook noch sehen, da sind zahlreiche aktuelle Einträge drin, dass es eben nicht funktioniert, wer will denn nicht vervollgenommen werden? Das ist doch unglaublich, denn ganz genau heißt es dann nämlich hier von der Deutschen Bank, die sind ja mittlerweile die in Anführungszeichen Besitzer von der Postbank und dann heißt es am Montagfrüh konnten bundesweit alle Filialen wie gewohnt geöffnet sowie den Geldautomaten und Serviceterminals wie geplant im Betrieb genommen werden. Technische Störungen oder Ausfälle gab es nicht und dann heißt es hier weiterhin von dem Sprecher, die Kreditkarte ist in der Regel immer einsatzbarer, da gibt es kaum Einschränkungen. Es ist das Einsehen von Salden und Transaktionen, was erst im Nachlauf funktioniert, heißt es hier. Und das ist interessant, denn ich mag hier gerne nochmal daran erinnern an die sogenannten Einschränkungen. Im letzten Jahr haben wir die Situation miterlebt, dass du mit EC oder auch Kreditkarte in Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Filialen in Deutschland im Supermarkt nicht bezahlen konntest. Warum? Weil die Kartenlesegeräte große Serverprobleme oder was auch immer ganz genau dahinter steckte, hatten. Und klar, er ist ein Banker, versucht hier natürlich das Beste für seine Bank auszuholen, aber die Wahrheit ist doch einfach, dass man hätte jetzt hier sagen können, ihr benötigt auch einen Vorrat an Bargeld, damit ihr über ein, zwei, vielleicht im schlimmsten Falle sogar drei Wochen hinüber hinwegkommt, ohne auf das digitale Geld, so nenne ich es jetzt mal, darauf angewiesen zu sein. Aber nein, das wurde hier natürlich mit keiner Silbe erwähnt. Und die Social Media Abteilung ist wohl aktuell nicht so verfügbar, denn vor 20 Stunden, also gestern Abend, kam das letzte Posting online. Aktuelle Hinweise zur Verfügbarkeit eines Online- und Mobilbankings hier und so weiter, heißt es hier eingeschränkt verfügbar und so weiter und so fort. Und wenn wir uns dann die Kommentare diesbezüglich angucken, gehen wir hier auf die Aktualisierung der Neuesten. Aber die Sortierung bei Facebook finde ich wirklich sehr, sehr schlecht. Wir sehen ja zum Beispiel, hier ist jetzt ein Posting von vor vier Stunden verfasst. Wir sehen aber hier nach, kommen welche vor einer Minute, vor einer Minute, vor 18 Stunden. Also die Sortierungsfunktion ist einfach Käse, die ist wirklich grottenschlecht gemacht. Denn wenn wir hier durchrollen, hier vor zwei Minuten, vor vier Minuten, sehen wir, dass zahlreiche Leute wirklich hier, ich bin total enttäuscht von den Mitarbeitern, ich habe mir mehrmals probiert anzurufen, nicht durchgekommen und so weiter und so fort. Also einmal zu Facebook, die Sortierung hier funktioniert offensichtlich nicht, hier im Posting von vor 16 Stunden, vor 19 Minuten. Aber was will ich damit sagen, wir sehen, die Aktualität ist immer noch komplett gegeben bei Betroffenen, die sich Luft verschaffen wollen, die bei der Hotline gegebenenfalls nicht durchkommen, die einfach überfordert sind mit der Situation und natürlich an ihr Eigentum, ihr Geld kommen möchten. Aber bezüglich Stichwort Eigentum, denkt immer daran, das Geld auf der Bank gehört nicht mehr euch. Es ist lediglich eine Forderung, die ihr an die Bank habt. Guckt euch mein Video von gestern dazu gerne auch an. Das Ganze ist festgehalten im sogenannten SAG-Gesetz. Ich hatte das gerade damit angekündigt, bezüglich wie die Postbank sich jetzt verhält. Und besonders im Social Media sehen wir das. Wir sehen hier kaum Antworten. Hier kommt eine Antwort vor vier Stunden, die wurde jetzt gerade vor zwei Minuten dann gemacht. Klar, die werden viel zu tun haben, aber bei einer großen Bank wie bei einer Postbank erwarte ich persönlich als Kunde, wenn ich dort denn Kunde wäre, einen schnelleren Support einfach, dass hier schneller etwas passiert, dass hier schneller darauf reagiert wird. Weil wir sehen ja auch zahlreiche andere Postings, die unbeantwortet sind. Hier zum Beispiel dieses hier, dieses hier, dieses auch. Hier haben sie eine Antwort mit reingemacht. Was funktioniert bei Ihnen nicht, wird hier nochmal explizit nachgefragt. Und das, was ganz interessant ist, ob man im Laden mit Karte bezahlen kann. Und dann wird hier gesagt, Sie können gerne mit der Karte bezahlen. Das Bezahlen mit der Karte ist nicht eingeschränkt, heißt es hier. Leider wird Karte hier nicht genauer definiert, ob es eine EC oder halt, wie der Pressesprecher da auch meinte, eine Kreditkarte ist. Das würde mich interessieren, wenn ihr da betroffen seid und beim Supermarkt wart und deine Kasse vielleicht schon mal so peinlich gestanden habt. Ja, nee, Zahlung geht nicht. Zück mal bitte dein Bargeld. Und dann sagst du, ich habe kein Bargeld. Dann ist das natürlich schade. Sagen wir es einfach mal so. Und Leute, klar, wir lachen jetzt über die Situation, aber in dieser Situation möchte wirklich niemand sein. Und dementsprechend, auch wie in meinen letzten Videos zu dem Thema gesagt, es ist wirklich eklatant wichtig, dass man denn vorbereitet ist auf eine solche Situation. Wir haben das im letzten Jahr nochmal der Hinweis darauf, wir haben es schon gesehen, dass Kartenzahlungen nicht möglich waren. Und da waren auch schon viele, viele Leute aufgeschmissen. Und ich hoffe, dass die Mehrheit, die dort betroffen waren, jetzt mittlerweile aktuell, vielleicht so ein kleines Polizofon, was weiß ich, 50, 100, vielleicht auch 500 Euro, muss jeder für seinen Haushalt selber entscheiden, wie viel er da für ein, zwei Wochen benötigt, an Bargeld zu Hause zur Verfügung hat. Ja, abschließend an der Stelle muss ich wirklich nochmal ganz klar sagen, freut mich sehr, dass viele von euch so positiv darauf reagiert haben, dass ich gestern auch über die Situation des Besitzes des Geldes auf dem Konto gesprochen habe, dass es eben nicht euer eigenes Eigentum ist, sondern lediglich noch eine Forderung an die Bank darstellt. Und genauso beherzigt einfach die Tipps, seid vorbereitet auf solche Situationen. Weil wer sagt denn, dass wenn jetzt die Postbankumstellung gut funktioniert und in zwei Monaten das Ganze nicht nochmal passieren kann, aber das betrifft jede Bank, sei es eine Sparkasse, sei es eine Deutsche Bank, eine ING oder auch andere Banken, seid einfach darauf vorbereitet, habt ein Bargeldvorrat vorhanden und genauso natürlich auch Edelmetalle wie auch Kryptowährungen. Man muss sich mittlerweile in der heutigen Zeit meiner Meinung nach mit allem irgendwie ein bisschen absichern. Dementsprechend schreibt eure Meinung unten rein, lasst gerne ein Abo da, ist natürlich kostenfrei, unterstützt mich damit und bekommt meine neuesten Videos vorgeschlagen. Danke dafür, ciao.